Ich mache euch nochmal eine Runde mit. Ich hatte gerade nochmal Freispiele, direkt wieder Freispiele. Ja, keine Ahnung, ey. Das läuft auf jeden Fall. Ihr müsst es auf jeden Fall mal versuchen, wie gesagt. Jetzt noch ein paar Herzen mehr. Okay. Ja, gut. 52. Die sind dankbar für jedes Herz, wenn er oben drehen kann. Ja, vielleicht kriegen wir noch eins. Aber dann war es doch wahr. Komm, jetzt weg vor, du hast einen guten Geldbetrag. Boah, mal 100. Ja, wäre eh nichts drin gewesen. Naja. Ich finde das Spiel sehr interessant. Keine Ahnung, warum. Ja, genau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, jetzt ist ein bisschen Fresslaune hier, wa? Faule Hasen. 32 Spiepen. Warum drehen wir am Rad da oben? Ah, ist so nervig. Tja, die sollen mal aufhören hier rumzubohren, alter. So, jetzt hat er ja schon wieder hier und da was gefressen. Und jetzt kann er mal reingehen, ne? Okay. Und jetzt hat er ja schon wieder hier. Komm, Dick-Pot! Ja, gut, nehme ich natürlich gerne mit, aber 400 wäre natürlich auch schon cool gewesen. Komm, Junge, jetzt muss er aber reinfrügeln. Gut. Die machen entweder einen guten Gewinn oder Herzen. So, jetzt 5,6 Herzen dazu. Mit dem Dingern hier noch nicht gut. Okay, 4,8. Okay, gut, wie steht das eigentlich? Ja, gut. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Also, ich finde das Spiel auf jeden Fall cool. Es gibt oft 3 Spiele, es gibt oft so Feature, dies, das... Keine Ahnung, Aldo, ich finde es eigentlich gut. Nur den Leerlauf jetzt hier finde ich natürlich nicht gut. Komm. 18 Points. So, 100 Kamulti jetzt. Oder mal eine Verlängerung? Ja, mein Schwieger. Ah, komm. Oh, ne. So, meins geht noch. Naja, okay. Beschwer mich nicht. Okay, mach. Okay, besser. Döttöttöttöttöttöttöttö. Quesscher gewann, ich habe ihn bekannt, erst mal aus. Schwanz, Schwanz, Schwanz. Untertitelung. BR 2018 Okay. Okay. Ich glaube, der hat noch irgendwas in petto. Nein, nein. Die Englischen sind einfach so gelaufen. Die Englischen sind einfach so gelaufen. Ach Junge, mach dich weg mit deinen 16 Kröten. So viel verraure ich ja schon am Tag, Mann. So viel verraure ich ja schon am Tag. So, komm 50 noch, dann geh ich mal hier raus. Come on, Jackpot. Give us the jacky potty, motty, lotty, karotty. Da sind wir doch. Da sind die 8 Mille doch. Echt cooles Spiel. So. Laden ja. Warum immer so direkt Mini, dann gib Mini. Lass uns gar nicht hier rumhampeln. Dann gib Mini. Dann hast du eine Ruhe. Ja. 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 So. Oh. Was ist los hier? Komm, gib mal was anderes als Mini am Anfang. Okay. 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 Für mich nur wäre ich auch zufrieden. Guck mal jetzt. Wie der wieder jetzt nur Mini geben kann. Oben ist beide Major. Da ist Dings. Geil. Unten kann man nicht auch noch Mini sehen. Guck mal. Hahahaha. Die Weile gebracht. Als wenn er nicht klar gewesen wäre. Aber Mini wäre auch in Ordnung gewesen. Hunderte. Hauptsache haben wir was anderes gesehen. Mäßig. So auf die Art. Also Leute. Ich muss ehrlich sagen. Ich finde das Spiel ganz cool. Klar. Irgendwann nervt er doch mal. Aber ähm. So jetzt. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen mehr Glück da. Wenn ihr diese Jackpotziehungen habt. Oder was weiß ich. Aber ich finde es aber trotzdem ganz cool. Okay. Dann gib doch die 20 Freispiele. Das wäre doch auch schön gewesen, Mann. Wo wir uns 16 Mieten von reingezogen hätten. Komm. Ein Herz noch. Dann ist feier. Dann machst du das Video aus. Dann zog ich so wieder weiter vor mir. So Leute. In dem Sinne. In dem Sinne. André, Mann. Nein.